Ich wollte bloß einkaufen. Das fühlte sich gleich ein bisschen komisch an. Ich wollte bloß shoppen. War auch alles so günstig. Ist nichts Besonderes. Ich meine, einfach nur ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln. Und nicht nur einmal. Man könnte sich ja sonst nichts. Ich wollte nur noch zum Reisebüro die Tickets buchen. Und dann das. Dann würde ich sagen, klarer Fall von ökologischem Fußabdruck. Da hättest du noch eines. Was? Teilen. Oh! Teilen tut Not. Überfluss tut weh. Vor allem den Menschen im globalen Süden und zukünftigen Generationen. Teilen schont Ressourcen und reduziert den ökologischen Fußabdruck. Du kaufst mehr als du denkst.